Hallo, liebe Zuschauer. Seid ihr gestresst? Seid ihr erschöpft? Seid ihr müde? Schlaft ihr schlecht? Seid ihr oft erkältet? Habt ihr viel Ohrschmalz im rechten Ohr und ein Hühnerauge an der linken Großzehe? Wisst ihr eigentlich, woran das liegen könnte? Wir hätten da so eine Idee. Die Mitochondrien sind verantwortlich, dass wir überhaupt jetzt sprechen können miteinander. Die Mitochondrien müssen funktionieren, wenn wir gesund sein wollen. Wie optimierst du am besten deine Mitochondrien? Die Kraftwerke der Zelle. Die Rolle der Mitochondrien bei Erschöpfung, besonders PCF, ist die Kraftwerke der Zelle. Mikronährstoffe sind dafür verantwortlich, dass unsere Mitochondrien optimal arbeiten können. Wer mehr Mitochondrien hat, der verschiebt seine Lactatleistungsgruppe nach rechts. Heute widmen wir uns erneut einem sehr kontrovers diskutierten Thema der Mitochondrienmedizin. Die ist in alternativmedizinischen Kreisen ziemlich weit verbreitet und man findet inzwischen kaum eine Krankheit, die nicht irgendwie mit Mitochondrienfunktion, Zellenergie oder ähnlichem in Verbindung gebracht wird. Es ist ein boomendes und sehr lukratives Geschäft, nicht nur für Therapeuten, sondern auch für Institutionen, die Diagnostik anbieten. Wir möchten diesmal nicht ein spezielles Video anschauen, sondern zunächst einen Einstieg ins Thema allgemein geben. Und wenn es euch gefällt, können wir dann gern anhand einzelner Videos punktuell in die Tiefe gehen. Das wird kein einfaches Video. Euer Ausdauer und Kenntnisse der Biologie werden stärker in Anspruch genommen als sonst. Aber haltet bitte durch, heute könntet ihr wirklich viel lernen. Und ich verspreche euch, es lohnt sich, dieses Video zu Ende zu gucken. Da dieses Thema super kompliziert ist, habe ich die Anstrengende Recherche größtenteils meiner Frau Franzi überlassen, wie echte Männer das machen. Sie arbeitete monatelang an dem ersten Skriptantwurf und hat sogar einen echten Experten ins Boot geholt. Herr Prof. Dr. Hans Zischka vom Institut für molekulare Toxikologie und Pharmakologie des Helmholtz-Instituts München und des Wissenschaftlichen Instituts für Toxikologie und Umwelthygiene des Klinikums Rechts der ISAR, der Technischen Universität München, forscht seit über 20 Jahren an Mitterkontrien. Er hat uns nicht nur vieles erklärt, sondern erst so richtig unser Interesse für das Thema geweckt. Für seine wertvolle Zeit und von uns sehr hoch geschätzte Hilfe bedanken wir uns auch auf diesem Weg ganz herzlich. Er selbst machte uns auch erst aufmerksam auf populäre Filme, die Mitterkontrien als die Energielieferanten und Machtgeber der Superhelden benannten. Star Wars und die Midichlorianen zum Beispiel. Midichlorians sind eine mikroskopische Lebensform, die in allen Exels befindet. Und bevor wir richtig in die Tiefe gehen, schauen wir uns mal kurz an, wie fragwürdige Gestalten im Internet mit Midichlorianen auf Bauernfang gehen. Ohne Midichlorianen überleben wir nicht. Wir brauchen die Energie. Midichlorianen sind verantwortlich, dass wir überhaupt jetzt sprechen können miteinander, dass wir in den Urlaub fahren können, dass wir Freude haben, dass wir überhaupt auf dieser Welt sind, einen Spaß haben. Also sie sind wichtig. Und die Midichlorianen müssen funktionieren, wenn wir gesund sein wollen. Wir können auch nur eine Erkrankung heilen oder am besten heilen, wenn die Midichlorianen intakt sind. Ja, das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen. Gerade die Patienten, die hier in die Praxis kommen, haben häufig eine Latte von Laborwerten oder auch bildgebende Diagnostik, die im Wesentlichen unauffällig ist und werden dann sehr schnell in die psychosomatische Ecke gestellt. Und durch die Analyse der Midichlorianenfunktion, insbesondere ja auch mit den Blutplättchen, die ja dem Stoffwechsel der Nervenzellen vergleichbar sind, sieht man dann doch sehr objektiv und dass diese Patienten eben nicht spinnen und nicht eine Anerklatsche haben, sondern dass man sie wirklich auch hier valide betreuen kann und dass die eingeschlagenen Wege, wenn man das nach 4, 6, 8 Wochen nochmal kontrolliert, dann eben auch weiterverfolgt oder korrigiert werden können. Mit euch an der Medizin in der Hausarztpraxis? Habe ich irgendeinen riesigen wissenschaftlichen Durchbruch verschlafen oder handelt es sich hier um etwas anderes? Wir haben sehr schnell weitere Informationen zu diesem Thema gefunden. Auf der Webseite biovis.de fanden wir diese Informationsbroschüre. Midichlorianen sind die Kraftwerke aller Lebewesen. Darüber hinaus erfüllen Midichlorianen weitere essentielle Funktionen für die Zelle. So umfangreich die Aufgaben dieser Organellen sind, so vielfältig ist auch die Anforderung an eine entsprechende Diagnostik und die anschließende Therapie. Neurologische, metabolische, kardiale und onkologische Erkrankungen werden immer häufiger mit einer Dysfunktion der Midichlorianen in Verbindung gebracht. Mit unseren neuen Midichlorianen Parametern lernen sie eine neue Generation von Untersuchungsmethoden kennen, mit denen nicht nur Zustand und Funktion der Midichlorianen sicher erfasst, sondern auch Störungen lokalisiert und Ursachen zugeordnet werden können. Soweit erstmal spannende Aussagen. Midichlorianen sind ja richtig spannend und man kann offenbar heute schon sehr einfach unterschiedliche Laborparameter bestimmen lassen. Soweit, so gut. Aber was machen wir daraus? Welche Konsequenzen für die Behandlung haben diese Parameter? Und jetzt wird es aber interessant. Durch den Einsatz von orthomolekularer Medizin, gezielten Ernährungsveränderungen, Darmbehandlungen, Entgiftungen und speziell entwickelten Diagnose- und Therapietechniken kann die Midichlorianen Medizin der Zerstörung weiterer Midichlorianen Einhalt gebieten und geschädigte Zellen und Zellorganellen bei der Regeneration unterstützen sowie die Beseitigung von bereits irreversibel zerstörten Midichlorianen fördern. Diese neue Ausrichtung des therapeutischen Handelns hat den großen Vorteil, dass sie die wirklichen Ursachen der Erkrankungen angeht. Natürlich steht an erster Stelle das Auffinden und Ausschalten der auslösenden Belastungen. Langfristig ist dadurch eine Erholung des Patienten erkennbar. Je nach vorrigem Krankheitsstadium und Zerstörungsgrad der Gewebe kann eine deutliche Verbesserung der Symptome erreicht werden. Es ist euch sicherlich aufgefallen, dass ich diese Webseite im Webarchiv zeigte. Auf der neuen Webseite von Herrn Körkam findet man diese Leistung erstaunlicherweise nicht mehr. Mindestens nicht so prominent auf der Hauptseite. Wenn man ganz genau nachschaut, findet man die einzelnen Laborometer natürlich, aber von der Hauptseite sind diese Leistungen irgendwie verschwunden. Keine Ahnung warum. Vielleicht ist es doch aufgefallen, dass diese Beschreibung mehr als auffällig war. Ich meine, mehr Red Flags in einem Absatz habe ich selten gesehen. Wir haben all das irgendwie schon mal gehört, nicht wahr? Man könnte in diesem Text die Worte Mitochandrian-Medizin und Mitochandrian durch eine beliebige andere alternativmedizinische Erfindung ersetzen und das wäre das Gleiche. Es ist praktisch nichts anderes als die Aktiviere deine Selbstheilungskräfte und gehe der wahren Ursache deiner Krankheit nach Mantra. Der Weg dorthin führt natürlich durch irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, Entgiftung und Durchfallkuren, wie immer. Das sind nichts anderes als die guten, alten, leeren Versprechen der Alternativmedizin, in dem Fall besonders hochtrabend und pseudowissenschaftlich verpackt. Aber wie das häufig der Fall ist, es ist nicht alles Quatsch, was zu diesem Thema erzählt wird. Mitochandrian werden die Kraftwerke der Zelle genannt. Den Begriff prägte 1957 der amerikanische Zellbiologe Philipp Sikiewicz. Er hat sicherlich nicht damit gerechnet, dass seine Aussage 50 Jahre später sogar Meme-Status erreichen wird. Herr Sikiewicz, und es tut mir sehr leid, aber ich habe keine Ahnung, wie er seinen Namen ausgesprochen haben wollte. Wir bleiben beim Herrn Sikiewicz. Er wollte damit eigentlich nur sagen, dass Mitochandrien vor allem den entscheidenden Energieträger unseres Körpers, das ATP, herstellen. Dieser Prozess der Energieerzeugung nennt sich oxidative Phosphorylierung der Atmungskette und findet an der inneren Mitochandrien-Membran statt. Er stellt den letzten Schritt des Glucoseabbaus in den Mitochandrien dar. Es werden letztlich Sauerstoff und Glucose zu Wasser, Kohlendioxid und Energie umgewandelt. Und Mitochandrien sind damit essentiell für die Funktion jeder Zelle. Ohne ATP geht gar nichts. Die Zellen würden sterben. Wie stellen aber diese winzigen Zellorganen Energie her? Unser Körper nutzt verschiedene Substanzen wie Proteine, Kohlenhydrate und Fette als Energiequellen. Diese Substanzen werden in unseren Zellen in einem Prozess namens Citratzyklus abgebaut. Dabei wird Energie freigesetzt. Und diese Energie kann nicht direkt von der Zelle genutzt werden. Stattdessen wird sie vorübergehend in speziellen Molekülen gespeichert. Diese sind das Nikotinamid Adenindinukleotid, also NADH, und das Flavinadenindinukleotid, oder FADH2. In der sogenannten Atmungskette werden Elektronen, die von den Koenzymen NADH und FADH2, die ja im Zytratzyklus entstehen, stammen, durch eine Kette von Elektronentransportern, die sich in der inneren Membran der Mitochandrien befinden, schrittweise auf Sauerstoff übertragen. Dadurch wird Energie freigesetzt, die für die Erzeugung eines Protonengradienten genutzt wird. Die Protonen werden in den Raum zwischen den Mitochandrienmembranen gepumpt. Der resultierende Gradient, also Unterschied in der Protonenkonzentration, treibt dann die Synthese von ATP an. ATP ist sozusagen der Energieträger der Zelle. Es speichert die Energie nicht langfristig, sondern transportiert sie dorthin, wo sie in der Zelle gebraucht wird. Wenn ATP dann gespalten wird, wird dabei viel Energie freigesetzt, die von unseren Zellen genutzt werden kann. Interessant ist, dass der menschliche Körper täglich eine riesige Menge an ATP erzeugt und wieder abbaut. Ein 80 Kilogramm schwerer Erwachsene produziert und verbraucht zum Beispiel rund 40 Kilogramm ATP pro Tag. Etwa 60 Prozent der Energie, die dabei freigesetzt wird, wird allerdings in Form von Wärme abgegeben. Wir sind also keine besonders effizienten Lebewesen. Mitochandrien haben natürlich noch viele andere Funktionen, aber diese beschwächen wir hier nicht weiter. Es sind aber ein paar faszinierende Eigenschaften der Mitochandrien, die wir einfach mal erwähnen müssen. Neue Mitochandrien entstehen beispielsweise nicht durch eine Neubildung. Sie halten ein Gleichgewicht zwischen Teilung, also der Vermehrung, und Verschmelzung, dem Zusammengehen mit anderen Mitochandrien. Neue Mitochandrien entstehen also durch die Teilung bestehender Mitochandrien. Interessant. Ein weiteres faszinierendes Merkmal der Mitochandrien ist, dass sie ihr eigenes genetisches Material besitzen, das sogenannte Mitochandriale Genom. Dieses Erbgut wird interessanterweise nur von der Mutter vererbt, nicht vom Vater. Allerdings sind Mitochandrien nicht komplett unabhängig. Sie sind nur semi-autonom. Das bedeutet, dass ihr eigenes Genom nur für einen kleinen Teil der Proteine, die sie brauchen, Informationen liefert. Die meisten Proteine, die für die Funktion der Mitochandrien notwendig sind, werden von Genen im Zellkern kodiert. Diese Proteine werden dann in die Mitochandrien transportiert, wo sie ihre Arbeit verrichten. Mitochandrien finden sich in allen Körperzellen, außer den roten Blutkörperchen, und kommen in hoher Dichte vor allem in den besonders sauerstoffverbrauchenden Organen wie Gehirn und Muskulatur vor. Mitochandrien passen sich auf ihren Arbeitsplatz ganz genau an, und das Verblüffende ist, dass sie in den unterschiedlichen Organen sogar unterschiedlich aussehen. Gar nicht so einfach zu sehen, dass es sich ja jedes Mal um Mitochandrien handelt, wenn man es nicht wüsste, oder? Es gibt also kein universelles Mitochandrium. Es ist an die Funktion der unterschiedlichen Gewebe angepasst. Ungefähr 50% der grob vereinfacht 1000 Proteine des Mitochandiums sind in allen Mitochandrieren im Körper gleich. Und dieser Punkt ist enorm wichtig zu verstehen. Merkt euch das bitte. Das wird uns weiterhelfen, die Sinnhaftigkeit mancher diagnostischer Untersuchungen einzuordnen. Alternativheiler beschäftigen sich natürlich nicht so detailliert mit den Mitochandrieren, aber sie stellen immer häufiger die Diagnose Mitochandriere Funktionsstörung. Damit lassen sich die meisten Krankheiten wunderbar und schön wissenschaftlich klingend erklären. Geben wir zu, kein schlechtes Geschäftsmodell. Jeder hat schon mal von Mitochandrieren gehört. Jeder weiß, dass diese enorm wichtig sind, aber kein Laie kann etwas mit Begriffen wie Atmungskette, Zitrazyklus oder Protongradienten anfangen. Na, ihr jetzt schon, aber unsere Videos sehen nur wenige Menschen. Aber nur die coolsten natürlich. Mit sowas lässt sich das Laienpublikum natürlich beeindrucken und wenn man noch ein seriös erscheinendes Labor findet, das irgendwelche Messwerte auf bunten Papier druckt, dann wird die Kasse klingeln. Mitochandriere Funktionsstörungen gibt es natürlich, aber diese sind ziemlich seltene, schwer erkennbare und meistens genetische Erkrankungen, die man noch nicht heilen kann. Als mögliche Auslöser werden neben Mutationen, chronische Entzündungen, Substratmangel, oxidativer und nitrosativer Stress oder Enzymblockaden durch Medikamente etc. genannt. Mitochandriere Funktionsstörungen im alternativmedizinischen Sinne seien Teil chronischer Erkrankungen und auf unseren ungesunden Lebensstil sowie Zunahme von chronischem Stress und subklinischen Entzündungen zurückzuführen. Das kann sogar teilweise stimmen. Aber das ist nach heutigem Wissensstand nichts anderes als reine Spekulation. Es wird intensiv geforscht, aber wir wissen nur noch sehr wenig. Ein paar interessante Ergebnisse der Forschung sind aber auf jeden Fall erwähnenswert. Bei Adipositas, also Übergewicht, hat man beispielsweise festgestellt, dass in Fettzellen und Leberzellen eine Überproduktion von mitochondrialen Sauerstoffradikalen stattfindet. Das sind schädliche Moleküle, die von den Mitochandrien produziert werden und Zellen schädigen können. Außerdem wurde eine Fragmentierung der Mitochandrien beobachtet, was bedeutet, dass die Mitochandrien in kleinere Teile zerfallen. Diese Veränderungen können dazu führen, dass sich Zellen stärker teilen und differenzieren oder eben absterben. Bei Herzkreislauferkrankungen wurden ähnliche Probleme festgestellt. In den glatten Muskelzellen, die in den Wänden unserer Blutgefäße vorkommen, hat man Schäden an der mitochondrialen DNA entdeckt. In den Herzmuskelzellen wiederum findet man Fragmentierung der Mitochandrien, Überproduktion von Sauerstoffradikalen, Störungen in der Mitochandrienmembran und eine verringerte Sauerstoffverbrauchsrate. Diese Probleme können zu einer Verdickung des Herzmuskels und Funktionsstörungen des Herzens führen. Und auch bei anderen Krankheiten, wie zum Beispiel Typ 2-Zuckerkrankheit oder Krebs, wurden Störungen in der Funktion der Mitochandrien beobachtet. Die wichtigsten Fragen bleiben aber bis heute unbeantwortet. Ist die Mitochandriale Dysfunktion Ursache oder Konsequenz chronischer Erkrankungen? Welche spezifischen Mitochandriale Eigenschaften unterstützen das Entstehen von chronischen Erkrankungen? Und wie genau führen Mitochandriale Dysfunktionen zu chronischen Erkrankungen? Es erscheint zu einfach, alle gesundheitlichen Folgen unseres westlichen Lebensstils auf eine Diagnose der Mitochandrialen Dysfunktion zurückzuführen zu wollen. Wir wissen noch überhaupt nicht, was Henne und was Ei ist. Wir gehen davon aus, dass chronische Erkrankungen multifaktorial verursacht sind. Sowohl genetische als auch umweltbezogene Einflüsse spielen eine Rolle. Bis zu einem gewissen Grad wird die Entstehung solcher Erkrankungen vielleicht durch unseren Lebensstil beeinflussbar sein. Es ist daher essentiell, die genauen Portomechanismen, die hinter chronischen Erkrankungen stehen, zu verstehen. Aber bis wir das nicht verstanden haben, spielt Spekulation eine sehr große Rolle. Gurus, Heiler und Alternativmediziner sind im Spekulieren sehr gut. Sie haben sich bereits eine eigene Medizin namens Mitochandriale Medizin ausgedacht. Weil ich mache auch immer die Mitochandriale Medizin. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Patrick Wichert. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und sitze in Bremen. Und Mitochandriale Medizin, was ist das? Ich bin Yvonne Rosenfeld-Batanabe, Heilpraktikerin Rosenheim mit Schwerpunkt chronische, degenerative Haut- und Stoffwechselerkrankungen, regenerative Mitochandriale Medizin und Mitochandriale Medizin. Mitochandriopathien haben ganz vielfältige Symptome, die auf schönen Grafiken und in Tabellen zusammengefasst sind. Ist man nach dem Essen müde? Mitochandriopathie. Verträgt man keinen oder nur wenig Alkohol? Mitochandriopathie. Zähne knirschen? Mitochandriopathie. Hat man immer mal richtig Bock auf etwas Süßes? Wait for it! Mitochandriopathie. Sicher wird jeder mindestens eines dieser Symptome regelmäßig verspüren. Diese können eine Vielzahl an Ursachen haben, aber mit der Diagnose der Mitochandriopathie-Dysfunktion wurde eine Diagnose gefunden, mit der man scheinbar alles erklären kann. Die Logik ist so einfach. Zelle energielos heißt Körper und Seele antriebslos und erschöpft. Das klingt so schön plausibel und ist doch bisher noch überhaupt nicht bewiesen. In diesem Vortrag der Inflammatio Akademie wurde der Begriff der Neuroimmunfatig erwähnt sowie Leitsymptome der Mitochandriopathie-Dysfunktion aufgelistet. Schnecken mit Zucker obendrauf oder irgendetwas anderes und die Rosinenbrötchen und die werden dann alle gekauft und innerhalb von 10 Minuten 5 Stück eingeschmissen, weil es gar nicht anders geht. Mit diesen Kriterien, die ich Ihnen gezeigt habe, wenn Sie diesen Fragenkatalog Ihren Patienten vorlegen und an mindestens 50% dieser Kriterien einen positiven Haken machen können, dann können Sie sicher sein, dass Sie jemanden identifiziert haben, der eine Mitochandriale-Dysfunktion hat. 50% der genannten Symptome ist gleich Sicherheit für die Diagnose Mitochandriale-Dysfunktion. Kennt ihr eigentlich einige dieser Symptome? Klar hat jeder mal mehr oder weniger. Passt für alle und für alles. Was nun also anfangen mit diesen Informationen? Erst einmal müssen natürlich Dinge im Blut gemessen werden. Herr Dr. Löffler, der auch der Gründer des Instituts für Mitochandriale Medizin ist, erwähnte in seinem Vortrag auch tatsächlich, dass man abwägen müsse, welche Diagnostik und dann auch Therapie man sich leisten könne. Die Diagnostik ist ein bisschen vielfältiger und da muss man wieder sehen, wie viel Diagnostik kann denn mein Patient bezahlen. Ich denke, dass es ein ganz wesentliches Kriterium ist, weil es ist aus meiner Sicht sehr viel sinnvoller, das Geld in die Therapie zu stecken, als es in die Diagnostik zu stecken. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, ohne eine valide Diagnostik können Sie nicht detailliert therapieren, weil Sie können es dem Menschen nicht an der Nase ablesen oder an der Stirn. Die Preise stehen immerhin transparent, meistens wie hier daneben. Argument der Befürworter ist natürlich, dass das böse Gesundheitswesen diese wichtigen Dinge einfach nicht bezahle. Wie kann man dann aber einen Patienten, der sich nicht die notwendige Diagnostik leisten kann, überhaupt versuchen zu behandeln? Was sollte man denn an Diagnostik auswählen? Was ist das Wichtigste? Ein Zauberwort ist der Bioenergetische Gesundheitsindex. Biovis erklärt dazu, Das Prinzip des Bioenergetischen Profils basiert auf der Messung mitochondriale Sauerstoffverbrauchsraten in PBMCs, das sind Lymphozyten, Monozyten des peripheren Blutes, unter dem Einfluss verschiedener Zusätze, wie zum Beispiel Inhibitoren. Der BHI selbst wird aus den ermittelten Sauerstoffverbrauchsraten der ATP-Produktion, der Reservekapazität, des Protonen-Lex und der nicht-mitochondrialen Atmung berechnet. Die Bestimmung der verschiedenen Parameter würde eine prognostische Aussage über die Gesundheit der Mitochondrien erlauben. Daraus wird dann willkürlich über die Gesundheit des Patienten spekuliert. Das entbehrt jeglicher wissenschaftlicher Grundlage, aber dazu bald noch mehr. Das beinhaltet zum einen die Beurteilung über die Effizienz der Mitochondrien-ATP zu generieren. Zum anderen kann die Kapazität der Mitochondrien, Energie bei erhöhtem ATP-Bedarf zur Verfügung zu stellen, begutachtet werden. Somit lässt sich erkennen, ob eine Mitochondriale Dysfunktion vorliegt und sollte dies der Fall sein, welche Therapie und Therapiedauer erforderlich ist. Laut MMD-Labor von Frau Brigitte König, die ihr sicherlich inzwischen gut kennt, liege das Schlüsselkonzept des BHI darin, dass das Mitochondrien als Frühwarnsystem einer biogenetischen Entgleisung in dem jeweiligen Individuum fungiere. Sie bieten übrigens die gleichen Parameter wie BioWis an. Durch die Bestimmung definierter bioenergetischer Parameter gewinnt man schnell einen Überblick über den bioenergetischen Status einer Zelle, über das Gleichgewicht zwischen mitochondrialer und glykolytischer Aktivität und das metabolische Potenzial. Man erhält Auskunft, wie schnell Energie in Form von ATP aus Glykolyse und Mitochondrien zur Verfügung gestellt werden kann, wie effizient die Mitochondrien arbeiten und wie viel Mitochondriale Reservekapazität für die Energiegewinnung zur Verfügung steht. Damit könne der Index als Biomarker für inflammatorisch bedingte Krankheiten genutzt werden. Der BHI identifiziert Personen mit einem Gesundheitsrisiko, bietet die Grundlage für personalisierte Behandlungsschemata und dient zur Überprüfung der Therapie. Was soll das aber bedeuten? Welches Gesundheitsrisiko und vor allem, was für eine personalisierte Therapie? Das Angebot an weiteren diagnostischen Markern und Tests ist verblüffend groß. Die Listen der Labore scheinen kein Ende zu nehmen. Es werden Untersuchungen des Membranpotenzials der Mitochondriale Aktivität angeboten, Untersuchungen der Belastungs- und Regenerationsfähigkeit der Mitochondrien, also ATP-Belastungstests, Untersuchung der Mitochondrialen ROS-Produktion und deren Therapie, also Mitochondriale Sauerstoffradikalenproduktion und Mitochondriale Radikalsensitivitätstests. Das am ausführlichsten zusammengestellte Gesamtpaket liefert uns BioVis. Auf deren Webseite findet man alles, vom Verständnis der Pathophysiologie bis zu Therapie. Anhand der Höhe des BHI lässt sich eine Prognose über die Therapiedauer ableiten. Bei einem moderat verminderter BHI genügen meist Interventionen von drei Monaten. Bei stark erniedrigten BHI-Werten sind die erforderlichen Therapien oft sehr langwierig, über ein Jahr. Grundlegend besteht die Therapie darin, die Quantität oder Qualität der Mitochondrieren zu verbessern und die nicht-Mitochondriale Atmung auf ein möglichst niedriges Niveau zurückzuführen. Wirft man einen Blick auf die gelisteten therapeutischen Möglichkeiten, muss man doch die Frage stellen, der ganze Fierlefranz dafür? Als Quintessenz steht hier nichts anderes als Nahrungsergänzungsmittel ohne Ende, Sport und weniger Kohlenhydrate. Man sollte die ganze aufwendige und teure Diagnostik durchführen, um am Ende auf die Idee zu kommen, ein wenig Sport zu machen, weniger Zucker zu essen und ein Multivitaminpräparat einzunehmen. Ach so, ich sehe schon, was die Möglichkeiten der hochindividuellen Therapie sind. Du nimmst bitte zweimal am Tag Curcumin ein und einmal Coenzym Q10. Du lieber einmal Curcumin, dazu noch Selin und Vitamin B3. Wollen wir vielleicht noch ein paar individuelle Globuli aus eigener Urin dazu geben? Das ist aber nur der Anfang. Wie das dazu gehört wird, jeder, der sich mit diesem Thema beschäftigt, ein eigenes Behandlungsschema, eine eigene Geheimrezeptur, in der Hoffnung, die Konkurrenz zu überbieten, anbieten. Die Inflammationsakademie lügt... Was für ein Versprecher! Die Inflammationsakademie fügt beispielsweise hinzu, da es Schutzenzyme der Mitochondrien vor oxidativem Stress gibt, sollte man selbstverständlich die Substrate dieser Enzyme monitoren und substituieren. Alles in allem sieht eine Mitochondrien-Ernährung dann so aus. Kaltgepresste Pflanzenöle, Phosphatidylcholin, sekundäre Pflanzenstoffe, Pflanzenkost, Fleisch-Bio, Fisch-Bio, Nüsse und Samen, weglassen von blockierenden Substanzen, zum Beispiel Schwermetalle, ah ja, also bitte hört mal auf an Quecksilber zu kauen, wenn ihr das sonst macht, Medikamente, Farbstoffe, Konservierungsstoffe, und das Mitochondrien-Training dann so. Intermediierende Hypoxie-Hyperoxie, Höhentraining, ketogene Ernährung, Ernährung mit sekundären Pflanzenstoffen, intermittierendes Fasten, moderates Training und Kältetraining, kalte Dusche oder Sauna. Wo hört also die Wahrheit auf und wo fängt Hokus-Pokus an? Herr Professor Zischka bracht für uns ein wenig Licht ins Dunkel. Dabei erneut wieder der Hinweis, dass es kein universelles Mitochondrium im Körper gibt. In jedem Gewebe sehen die Mitochondrien anders aus. Deswegen fragt er an dieser Stelle immer, über welche Mitochondrien reden wir eigentlich? Um die Verbindungen zwischen einzelnen Erkrankungen und Mitochondrien zu finden, werden Gewebezellen untersucht, beispielsweise Leberzellen bei Leberkrebs. Eine generelle Messmethode für alle Mitochondrien gibt es nicht. Unsere Labore untersuchen aber immer nur Blutwerte. In den roten Blutkörperchen gibt es keine Mitochondrien, bleiben also nur noch die weißen Blutkörperchen und die Thrombozyten, also die Blutplättchen. Die Lebenszeit der weißen Blutkörperchen ist sehr variabel und damit auch ihr Mitochondrien-Angebot. Das kann also von Tag zu Tag sehr variieren. Was soll man dann mit diesem punktuellen Wert anfangen? Aber genau das untersuchen unsere Labore. Es gibt noch keinen Test, der unsere Gesamtkörper-Mitochondrien-Funktion messen kann. Und das wird wahrscheinlich auch nie geben. Geht es meinen Leberzell-Mitochondrien gut, heißt das nicht automatisch, dass es auch meinen Herzzell-Mitochondrien gut gehen muss. Ergo, woher soll ich wissen, welche Mitochondrien nun für meine allgemeinen Symptome verantwortlich sind? Von den Mitochondrien eines Gewebes ausgehend, kann man nicht auf das ganze System Rückschlüsse ziehen. Mitochondrien müssen zudem frisch isoliert und weiter untersucht werden. In Leberzellen zum Beispiel halten Mitochondrien nur noch für ca. 2 Stunden ihre ursprüngliche Funktion. Eine Blutentnahme mit Transport der Probe einmal quer durch Deutschland ist allein durch diesen Prozess verfälscht. Und dann muss noch beachtet werden, dass diese verschiedenen Organe natürlich auch ganz unterschiedlich auf äußere Einflüsse reagieren. Mitochondrien in Leberzellen können ganz anders reagieren als im Gehirn. Auch wird unter Laborbedingungen gemessen, was die Mitochondrien unter maximaler Substratverfügbarkeit an Leistung bringen können. Diese Tests sagen also nur aus, was ein bestimmtes Mitochondrium unter klar definierten Bedingungen maximal leisten kann. Diese äußeren Bedingungen sehen aber in jedem menschlichen Körper eventuell ganz anders aus. Also Fazit, allein durch die Tatsache, dass es kein universelles Mitochondrium gibt, kann es keine universelle Mitochondrianddiagnostik und erst recht keine Therapie geben. Prof. Gneiger, Ph.D., Initiator und Chairman der International Mitochondrial Physiology Society und Gründer und sowie CEO von Oroboros Instruments, antwortete uns Folgendes. Meine Ärzte, Kolleginnen, haben sich die Mühe angetan, zwei der von Ihnen genannten Firmen mit Mitochondrianddiagnostik zu beauftragen. Die Befunde von Proben des gleichen Probanden waren diametral entgegengesetzt. Das liegt in der simplen Methodik und betrifft nicht einmal die herausfordernden Fragen der inhaltlichen Beurteilung von Mitoanalysedaten. Und weiter? Wir bauen derzeit neben unserem F&E-Labor in Zusammenhang mit einer Ärztegruppe ein Mitofit Analytics Labor auf, in welchem wir Analysen von Mitochondriaren Funktionen anbieten. Dies soll dem diagnostisch weitgehend sinnlosen Gebrauch des Mitochondriaren Stressindex oder bioenergetischen Gesundheitsindex entgegenwirken. Es besteht hier natürlich ein Interessenkonflikt, aber wir fanden diese Aussage trotzdem sehr deutlich und klar. Es wird aber auf jeden Fall intensiv geforscht, sowohl an der Diagnostik als auch an möglichen Einflussfaktoren. Es gibt zum Beispiel Hinweise, dass sich eine Kaloriendestriktion positiv auf die Mitochondriaren Funktion ausüben kann, kann aber natürlich auch unerwünschte Nebeneffekte wie Osteoporose und Wundheilungsstörungen hervorrufen. Zudem scheint körperliche Aktivität positive Einflüsse auf die Mitochondriaren Funktion zu haben. Es gibt auch einige interessante Studien zu Medikamenten, beispielsweise auch zu Metformin in der Krebstherapie. Es gibt auch interessante Studien zu gezielten Antioxidantien wie MitoQ, das direkt ins Mitochondrium eingebracht wird. Dabei besteht aber auch die Gefahr, die äußere Mitochondriaren Membran zu beschädigen und damit das Gesamtmitochondrium zu schädigen. Das ist also alles noch Zukunftsmusik. Studien, die beweisen wollen, dass sich Nahrungsergänzungsmittel wie beispielsweise Coenzym Q10, Alpha-Liponsäure oder reduziertes NADH positiv auf Symptome chronischer Erkrankungen, vor allem das Symptom der Fatigue auswirkten, waren zum einen eher klein, hatten methodische Mängel und vor allem untersuchten sie anhand von Auswertungsbögen, ob das doch eher subjektive Symptom der Fatigue sich besserte. Sprich, nach Einnahme diverser Substanzen wurde der Proband gefragt, ob er sich besser fühle. Dann stellt sich auch die Frage, ob die Kombination verschiedener Substanzen erst den gewünschten Effekt hat. Es ist schon schwer genug, Studien so zu gestalten, dass man wirklich nur den Effekt einer Substanz untersucht. Wie sollte man dann den Effekt von Kombinationspräparaten erst interpretieren? Dann ist bisher auch nicht geklärt, wie lange man das alles tun oder einnehmen müsste. Lebenslang oder reicht eine gewisse Zeit? In welchem Umfang lassen sich Schäden rückgängig machen? Es ist vermutlich etwas dran, dass ein gesunder Lebensstil an sich auch die Funktion der Mitochondrien positiv beeinflusst. Aber das heißt moderater Sport, gesunde Ernährung, Stressreduktion. Dafür muss man aber kein Zusatzmittel einnehmen und auch keine spezielle Diät halten. Ein allgemein guter Lebenswanderer reduziert das Risiko für Erkrankungen. Das wussten schon unsere Großeltern. Und sie hätten das beherzigt, wenn sie gekonnt hätten. Und dass der Satz viel hilft, viel nicht so wirklich stimmt, wissen wir mittlerweile auch. Krebszellen beispielsweise sind auch auf Mitochondrien angewiesen. Sie werden für biosynthetische Prozesse benötigt und als Starter für die Glykolyse. Krebszellen betreiben viel Glykolyse. Sie benötigen schnell viel Energie. Damit kann die Idee, die Mitochondrien zu boostern, auch ganz schnell nach hinten losgehen. Das kann also bedeuten, dass man mit Zusatzmittelchen auch die Mitochondrien im bösen Gewebe fördert und damit das Krebswachstum. Und um mit Professor Zischka zu schließen. Mitochondrien sind essentiell für die Funktion jeder Zelle in unserem Körper. Der Umkehrschluss, mir geht es schlecht, weil es meinen Mitochondrien schlecht geht, ist unzulässig. Und genauso die Schlussfolgerung. Wenn ich meine Mitochondrienfunktion verbessere, dann wird alles wieder gut. Wir möchten das erstmal hierbei belassen. Ihr seht, es ist nicht alles schwarz und weiß. Auf unserem Weg hin zu einer individuellen, personalisierten Medizin werden wir sicher noch viel aus diesem Fachgebiet hören. Mag sein, dass wir in einiger Zeit genau wissen, was Huhn und was Ei ist und wie wir es behandeln können. Mag sein, dass die alternativen Mitochondrienmediziner von heute durchaus in einigen Dingen Recht haben und künftige Therapien schon jetzt genutzte Praxis aufgreifen. Fest steht aber auch, dass aktuell kein Profit aus diesem Forschungsgebiet gezogen werden sollte. Dafür wissen wir noch zu wenig. Das rechtfertigt bisher nicht das Vorgauköln des Heiligenkreis. Damit sind wir am Ende. Ich denke, es war sicherlich schwierig und auch lang. Was haltet ihr davon? Habt ihr schon mal davon gehört? Kennt ihr auch Mitochondrienmedizin? Kennt ihr Methoden der Mitochondrienmedizin? Glaubt mir, wenn ihr über diesem Thema Bescheid wisst, werdet ihr es überall finden. Auch in den nächsten Videos kommt dieses Thema immer mal wieder vor. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. 안 Terminous wurde einfach wieder an Einleitung bes anchekochen. っぱet ihr bei TV bis zum nächsten Mal? Auch in der겠습니다 해uch? Bis zum nächsten Mal.